Sir, die jüngsten Aufnahmen vom Gletscher zeigen, dass etwas aus dem Eis aufgetaucht ist. Ich höre. Die Form des Objekts stimmt zu 80% mit Napoleon überein. Veranlassen Sie die Bergung. Hörst du mich? Du bist auf dem Watt, naja, cool. Und du fährst da einfach ohne mich hin. Du bist ein Vollidiot, okay? Ich glaube, ich spiele. Alle! Hören Sie mir gut zu, Christine. Wir haben Ihren Bruder. Er muss am Leben bleiben, bis wir seine Schwester haben. Christine! Diese Leute, die werden Sie umbringen. Lagebericht. Die erste Durchsuchung des Wracks war negativ in Sachen Napoleon. Operation Napoleon. Ein Geheimnis, das keinen ganzen Lauf der Geschichte hätte verändern können. Warte mal, soll das heißen Hitler vor an Bord der Maschine? Ich will einen kompletten Hintergrundcheck in Bezug auf Christian Johannes dorthe und diesen Professor. Wir haben hier viel Material gefunden über den Absturz. Wenn Sie hier irgendwas haben, werden meine Männer es finden. Die Polizei sucht Christine Johannes dort hier. Wir rücken hier nicht ab ohne Napoleon. Wir lassen uns ab. Wir之後 Sie! Wir wollen sie. Untertitelung des ZDF, 2020